Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Die Ferienleselust-Aktion der Uwe-Jonsson-Bibliothek startet ab Montag, dem 17. Juni. Ab diesem Termin können sich Schüler der 4. bis 6. Klassen anmelden und auch schon Bücher ausleihen. Die Teilnehmer erwarten viele Leseabenteuer und sie bekommen am Ende ein Lesezertifikat, das ins Schulzeugnis eingetragen wird. Und Preise soll es in diesem Jahr auch geben. Zu einem Vortrag wird am Mittwoch, dem 19. Juni, in das Haus der Kirche Siebrand-Siegert im grünen Winkel eingeladen. Der Autor Wolfgang Lücke spricht über Lebenslichter Ud Meckelborg. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Zu einem offenen Trauerkreis wird am Mittwoch, dem 19. Juni, um 17 Uhr in das Haus der Caritas in der Schweriner Straße 97 eingeladen. In Gesprächen geht es Betroffenen darum, individuelle Wege aus der Trauer zu finden. Erleben Sie Güstrow. Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017